ja moin hallo leute hier ist wieder euer thorsten aus weißnichts welt was soll ich tun die aktuellen ereignisse überschlagen sich und da er immer optimal informiert sein sollte auf meinem kanal habe ich mir gedacht drehe ich jetzt noch mal ein video dass ihr jetzt am samstagmorgen dann zu sehen bekommt oder ab samstagmorgen und zwar geht es um folgendes das so ein hoffnungsschimmer am firmament sage ich mal so und zwar einige leute darunter ja auch ich haben ja oder vertreten ja die auffassung dass die überschusseinspeisung also das prosumer modell im neuen osterpaket eindeutig zu stark benachteiligt ist das heißt also dass die einspeisevergütung für überschusseinspeiseanlagen zu niedrig ist niedriger als die kosten für die produktion einer kilowattstunde also sollte er mit 6,93 cent vergütet werden bis 10 kwp und davon geht ja noch die vermarktungspauschale von 0,4 ab also 6,53 wäre dann aktuell der wert und das ist meiner meinung nach und auch der meinung vieler anderer nach eindeutig zu wenig gut und nun habe ich kurzfristig heute noch ein dokument bekommen und zwar ist das die stellungnahme des bundesrates zum osterpaket und ich finde das ja mal sehr bedenkenswert oder sehr schön was da so steht und das möchte ich euch gerne ein bisschen zeigen also ich möchte das ein bisschen mit euch durchgehen das ist natürlich eine sehr lange studie beziehungsweise sehr lange stellungnahme ich werde euch die auch nicht komplett antun ich werde euch den wesentlichen teil antun beziehungsweise die für mich wesentlichen teile und ich verlinke euch das ganze natürlich wie immer unter dem video so dass ihr das wenn ihr interesse habt an der kompletten stellungnahme natürlich auch komplett nachlesen könnt aber wir starten da mal rein also stellungnahme des bundesrates entwurf eines gesetzes zu sofortmaßnahmen für einen beschleunigten ausbau der erneuerbaren energien und weiterer maßnahmen im stromsektor also zum osterpaket bundesrat hat in seiner 1021 sitzung am 20 mai 2022 beschlossen zu dem gesetzentwurf gemäß artikel 76 absatz 2 des grundgesetzes die volksstaat ist die stellungnahme des bundesrates und da geht es hier im ersten moment mal realisierung ausbau vorhaben des verteilnets die der netzintegration erneuerbare energien dienen liegen ebenfalls im öffentlichen interesse setze 1 bis 3 gelten entsprechend also das wollen sie da anfügen nämlich dass also ausbau des verteilnetzes im prinzip auch dieses ja wie soll man sagen eben dieses übergeordnete interesse hat so dass man da schneller was machen kann da ist natürlich ganz klar steht hier unten auch die stromverteilernetze stoßen zunehmend an die grenzen ihrer aufnahmefähigkeit um die energiepolitischen ziele erreichen zu können müssen die verteilnetze grundlegend um und ausgebaut werden während für übertragungsnetzbauvorhaben eine gesetzliche festlegung des besonderen öffentlichen interesses bereits seit einiger zeit existiert fehlt ein äquivalent für vorhaben der verteilnetzebene also zum beispiel südlink gucken oder dergleichen da gibt es ja jetzt inzwischen das übergeordnete öffentliche interesse dass man also nicht ganz so viele einwendungen machen kann und dergleichen und das möchte man hier jetzt bei den verteilnetzen letztlich auch war ja auch da teilweise naja wollen wir so sagen wenn ein kabel durch irgendeinen vorgarten gelegt werden soll dann gibt es ein drama und das will man nicht und deswegen macht das sind gut jetzt sind hier noch so einige andere sachen buchstabeln also das mit man müsste dann daneben eigentlich immer das den referenten entwurf sehen oder das den gesetzentwurf sehen um das genau einzuschätzen für uns wichtig und eigentlich auch der grund für mein heutiges video für das jetzige video ist hier auf seite 4 zu finden und da zeige ich euch nochmal zu artikel nummer 1 nummer 21 buchstabe b und da zeige ich euch nochmal dass das ist der artikel der nummer 21 paragraf 100 buchstabe b folgender absatz wird angefühlt das ist der referenten entwurf für strom aus solaranlagen die ausschnittlich auf oder am gebäude lärmschutzwand angebracht sind und vor dem ersten jahr 2023 in betrieb genommen wurden sind beträgt der anzulegende wert abweichend von paragraf 48 absatz 2 bis einschließlich an ihr wisst das ja also der berühmte absatz der uns alle stört also für die überschusseinspeisung 6,93 cent pro kilowattstunde bis 10 kw und dann 6,85 bis 40 und oder und und bis halt und 750 5,36 und da haben sie was interessantes gemacht und da steht nämlich satz 1 ist wie folgt zu ändern der nummer 1 ist die angabe 6,93 durch die angabe 13,80 zu ersetzen das hieße die einspeisung bis 10 kwp also anlagen bis 10 kwp würden dann eine einspeise vergiftung von 13,8 cent die kilowattstunde also wieder minus die 9,4 cent also 13,4 cent pro kilowattstunde erhalten sprich gleichstellung mit volleinspeisern in nummer 2 ist die angabe 6,85 durch die angabe 12,79 sowie das wort und durch ein komma zu ersetzen das muss ich mal sehen wo da das wort und steht also genau und dann und das wäre dann bis einschließlich einer installierten leistung von 300 kilowatt moment jetzt muss ich mal wieder genau nummer 2 sind folgende nummern einzuführen bis einschließlich einer installierten leistung von 100 kilowatt um 11,17 cent pro kilowattstunde bis einschließlich einer installierten leistung von 300 kilowatt um 10,45 cent pro kilowattstunde und in nummer 3 ist die angabe 5,36 durch die angabe 9,15 zu ersetzen jetzt müssen wir mal rechnen was in nummer 3 steht wo steht denn hier nummer 3 genau das ist hier die 5,36 und das soll dann geändert werden in jetzt muss ich wieder zurück in 9,15 also naja das wäre dann ja schon respektabel die sätze 3 und 4 sind zu streichen also das sind die sätze nach mit dem netzbetreiber anmelden und eben der dass die solaranlage nach der mitteilung verbindlich bestellt wurde das wäre ja schön so begründung es ist unstreitig dass die einspeisevergütung für gebäude pv anlagen in folge ausschließlich mengengesteuerten vergütungsdegression nicht mehr kosten decken und deswegen auf kostendeckendes niveau anzupassen das habe ich ja auch schon mal gesagt dieser dieser entwurf hat 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 den altmaier fehler also das viel zu schnelle die schnell viel zu schnelle digression komplett festgeschrieben und das ist halt auch absolut nicht in ordnung die einführung einer gesplitteten einspeise vergütung für volleinspeise in nahezu doppelter höhe ist dafür weder zwingend erforderlich noch zielführend genauso sehe ich das auch war übrigens auch in dem zoom meeting das wir da hatten da war auch einer der das sehr eindeutig noch mal gesagt hat dass das einfach die falschen anreize setzt dass das nicht passt und dass das doch wie gesagt völliger unsinn ist weil es sollte dann angeblich ja jeder privatbesitzer könnte sich dann ja noch einen volleinspeiser aufs dach bauen zusätzlich zum überschutzeinspeiser dass das völliger unsinn ist und physikalisch keinerlei mehr wert bringt also es gibt ja keine mehr einspeisung dadurch weil ja das der strom der verbraucht wird trotzdem wieder durch den zähler zurückgeht das war da ja nicht einigen spitalisten nicht so eingängig aber naja physik ist ein seltenes thema im gegenteil ein solcher vergütungssplitt wäre geeignet neue hemmnisse und fehleinreize zu schaffen somit den angestrebten pv ausbau im gebäudebereich zu bremsen und die aktörsvielfalt zu beschränken genauso das sage ich auch ist ein ende der bürgerenergiewende die in der gesetzbegründung dargelegten argumente für die einführung eines gesplitteten einspeisetarifs überzeugen nicht und gehen auf nachteilige auswirkungen eines solchen gar nicht ein der neue vergütungsansatz erscheint insbesondere entgegen des in der gesetzesbegründung postulierten anreizes für mehr dach bv-anlagen nicht geeignet um die knappen dach und gebäudefläche sowie fachhandwerkskapazitäten besser auszunutzen das ist ja das thema wenn ich da sowas mache und dann viele leute kleine anlagen bauen dann baut der handwerker am tag vielleicht eine anlage mit fünf oder sechs kwp wo er sonst vielleicht 15 oder 16 kwp gebaut hätte weil eben das kwp zu teuer ist und man dann diese zehn nicht baut die ja nur einspeisen oder fast nur einspeisen würden die mit einem solchen splitt induzierten hohen kostenrisiken verursachen insbesondere in fällen einer geplanten nutzung des selbst erzeugten stroms für elektromobil und wärmepumpe vermeidbare hemmnisse und mindern den anreiz zur politisch gewünschten anschaffung einer dach bv-anlage auch das habe ich schon mal gesagt dass man natürlich erst mal diesen pv generator auch teilweise baut um vielleicht später das e-auto zu kaufen oder die wärmepumpe und wenn man jetzt erst mal einen kleinen dachgenerator gebaut also eine kleine pv-anlage gebaut hat dann geht man vielleicht doch nicht mehr auf die wärmepumpe man müsste ja seinen eigenen strom dann teuer zukaufen wenn man dann volleinspeise dazu gebaut hat oder man hat eben diese leistung gar nicht auf dem dach weil man sie erst nicht gebaut hat man muss dann wieder den handwerker haben und wieder den handwerker haben und wieder was bauen 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 und das macht es natürlich alles kompletter irrsinn immer wieder wird so auch in der gesetzesbegründung angeführt nur volleinspeiser machen das dach voll aus daten zu aus daten zu eigenverbrauchern ergibt sich jedoch ein gegenteiliges bild innerhalb der letzten jahre ist die durchschnittliche größe der gebauten bv-anlagen mit eigenverbrauch nachweislich angewachsen eigenverbraucher bauen zunehmend größere anlagen der zentrale antrieb ist dabei antrieb ist dabei der wunsch den eigenen strom im haushalt zu nutzen solche anlagen konzepte mit eigenverbrauch sind aktuell ein treiber des pv ausbaus die anlagen werden vor allem dann größer gebaut wenn eine weitere technologie der sektorenkupplung mitgeplant ist wie eine wärmepumpe oder ein ladepunkt für das eigene elektromobil ein doppelt so stark gefördertes segment für volleinspeise erscheint insbesondere bei kleineren pv- und dachanlagen damit völlig überflüssig und hätte erhebliche auswirkungen anlagen bis 25 kilowatt verfügen über keine fernsteuerung sie würden als volleinspeiser ungesteuert zur mittagszeit einspeisen und so die preise im großhandel weit ins negative drücken auch das ist ein thema der volleinspeiser ohne eigenverbrauch der dann in der mittagszeit sein mega peak hat wenn ich jetzt selbst wenn ich einen pv speicher habe kann ich ja diesen peak nicht weg speichern weil er ja im volleinspeiser ist und nicht in meinem überschusseinspeiser das heißt bei mir im haus zum beispiel ist ja auch ist ja ein akku verbaut der in der mittagszeit diese diesen peak weg speichern auch wenn es bei mir nicht so hoch ist weil ich eine ost west anlage habe aber wie gesagt wenn ich das in volleinspeise habe dann geht das einfach direkt ins netz und das ist genau das problem das heißt wir wir potenzieren die probleme der überlastung der verteilnetze noch durch die volleinspeiser dies verzerrt den markt massiv für alle die die ihre erneuerbaren jenseits des EEG wettbewerblich anbieten wollen für den bundeshaushalt ergeben sich so unkalkulierbare kostenrisiken weil stets die volle differenz zwischen dem negativen marktpreis und der doppelten EEG vergütung ausgeglichen werden muss in der praxis können die zwei unterschiedlichen tarife liegend lediglich zu einer umgebung durch doppel anlagen durch entschuldigung jetzt habe ich mich gerade ein bisschen zu einer umgehung durch doppel anlagen führen statt einer das gesamte dach füllenden eigenverbrauchsanlage mit niedrigen vergütungsanspruch werden dann zwei anlagen auf demselben haus gebaut die eine hälfte des daches wird mit einer kleinen eigenverbrauchsanlage belegt ein jahr später wird die zweite hälfte mit einer volleinspeiseanlage zweck anspruchs auf doppelte vergütung belegt dafür braucht es bloß zwei wechselrichter und zwei installationstermine dies ist hinsichtlich der knappen elektronischen bauteile des fachkräftemangels und der steuerfinanzierung nicht effizient es würden aber mangels einer der tarife vom es würde aber mangels einer der tarife vom EEG 2023 angereizt und genau das ist das thema also der bundesrat hat es verstanden ich habe auch ja zwischendurch noch mal schon mal videokonferenzen mit politikern unseres landes als landes niedersachsen gehabt die also da auch entsprechend mit involviert sind und da auch mit auch schon ihre texte zu gesagt haben auch die hatten mir eigentlich schon gesagt dass diese niedrige vergütung nicht zielführend ist und im endeffekt da noch was passieren muss und jetzt ist es eigentlich ganz schön dass in diesen bundesrats in der stellung des bundesrats genau das noch mal also ich muss ganz ehrlich sagen das ist wirklich eine sehr 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 perfekte zusammenfassung der situation die da in der begründung geschrieben ist also diese begründung ist wirklich absolut perfekt und genau das sind die probleme das heißt wir brauchen dann mehrfach die handwerker wir bauen dann wieder nach wenn wir wieder mehr verbrauch haben weil halt man baut jetzt eine anlage ich habe 2000 kilowattstunden verbrauch jetzt baue ich meine anlage somit keine ahnung drei kwp oder vier damit das meine 2000 damit das gut gedeckt wird so ein bisschen gedeckt wird vielleicht sogar noch ein speicher dabei damit das dann perfekter gedeckt wird jetzt kriege ich aber in zwei jahren meine wärmepumpen oder ich baue jetzt hier mit klimaanlagen ist ja auch egal aber dann denke ich ich brauche doch mehr strom aber auch noch mal zwei kwp aufs dach oder drei und dann kommt das e auto brauche ich noch mal fünf kwp aufs dach oder so weil ich das e auto gar nicht laden kann mit den vier kwp oder so die ich bis dahin habe und somit binde ich unfassbar viele handwerker oder ich binde den handwerker unfassbar oft der ist im prinzip an einem termin machen könnte das ganze dach zu belegen und das ist ja eigentlich das worum es uns ging und das ist auch das was ich ja seit über einem jahr in diesem kanal sage das dach muss sinnvoll gut ob wir das jetzt so wirklich so hoch sehen werden ich habe meine zweifel ich hoffe das wird auf bundesebene ein bisschen gehört ich bin schon es ist schon okay dass der volleinspeiser merke ich das will ich gar nicht sagen aber der unterschied der darf nicht so groß sein wie gesagt also es muss sehr kostendeckend seinen überschusseinspeiser zu betreiben so dass man gar nicht auf die idee kommt das dach zu teilen und zu sagen ich baue da jetzt noch für zwei dreißig mehr die kilowattstunde was anders hin weil ich ja dann den strom wieder kaufen müsste der den die anlage produziert wenn ich den doch brauche das muss das darf sich nicht so unbedingt lohnen also wenn ich jetzt einen volleinspeiser baue um einen volleinspeiser zu bauen ist das okay aber es darf nicht darf sich eigentlich nicht lohnen zwei verschiedene anlagentypen auf ein dach zu bauen das heißt ich brauche bei der überschusseinspeisung schon irgendwie die zehn cent oder die elf cent oder so damit da der unterschied nicht so groß der gap ist einfach oder war einfach zu groß in dem referenten entwurf und ich hoffe dass die bundesregierung das jetzt aufnimmt dass sie es jetzt endlich verstehen weil mit diesem satz da drunter steht wenn man den genau liest dann müsste man es endlich verstehen also muss hier echt klatschen für die für den bundesrat und hoffe dass wir da vielleicht noch eine änderung sehen wie gesagt gestern in dem zoom meeting war auch so ein bisschen was von änderung zu hören also kann ich nur weiterhin raten nimmt die anlagen nicht unbedingt direkt in betrieb wartet drauf was da rauskommt es könnte sich noch was ändern und wenn das kommt dann würde ich euch richtig ärgern wenn ihr jetzt in betrieb genommen habt weil da würde sich theoretisch sogar lohnen selbst wenn man diese nur eine meldungspflicht noch hätte da würde sich lohnen tatsächlich sogar die in betrieben haben erst im januar 20 23 zu machen und alle die dann in betrieb genommen haben in letzter zeit die haben ein problem gut in diesem sinne soll es das von mir jetzt gewesen sein wenn ihr solche nachrichten immer schnell haben wollt dann abonniert doch den kanal denn ihr wisst ja abonnieren daumieren kommentieren diskutieren teilieren eventuell auch verspendieren nicht unbedingt randalieren und eure informationsbeschaffung an mich delegieren in diesem sinne ein schönes schönes wochenende